hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar will ich zwei dinge sagen ich und seine mcc also lehran stream ist dann fast dass wir bock hat kann dabei sein und dann noch was das ist und zwar wie schon seht werian hat eine neue lobby und vielleicht ihr seht schon hier steht kein name vielleicht wird schon bald ein neuer spielmodus kommen leute ich bin schon voll ich freue mich schon voll ich bin schon voll gespannt was das für einer wird und ja auf jeden fall bis gleich ciao